Heute wollte ich halt einfach mal ein bisschen Adventure, Capitalist oder Capitalist, wie auch immer, spielen. Die Musik ist locker viel zu leid, sorry. Meine E-Mail darf dir aber nicht... Okay. Ich hoffe, so ist es gut. Ui, eindeutig. Ja. Und hier geht's halt drum, Geld zu verdienen. Nicht lustig? Okay. Boi, dumm. Ui, es ist gut. Ich muss mir endlich mal einen Timer stellen. Ich wollte aber so spielen. Ja, geht doch. Sorry, wir sind gerade eben kurz. Ähm, ja. Man muss, habe ich glaube ich schon gesagt, halt einfach so viele Upgrades und so wie möglich sammeln. Boah, mit zwei ist das schon irgendwie ein bisschen nervig. Ja, ich kann euch jetzt nur empfehlen, sie macht irgendwie süchtig. Ich hoffe, ich hoffe, ich bin nicht zu weit weg von meinem Aufnahmezeug. Ich bin nicht zu weit weg von meinem Aufnahmezeug. Ich bin nicht zu weit weg von meinem Aufnahmezeug. Ich bin nicht zu weit weg. Ich bin nicht zu weit weg von nein, sondern so ein bisschenbags. Ja, wir sind hier zu weit weg von meinem Auf � crucified. Ja, daaaa. Ich warte jetzt noch auf einen, ah geht doch, Manager, 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 und hier oben kann man halt einstellen, was, ob man zum Beispiel einen oder zehn oder hundert oder maximal, also so viel wie man geht, von den Upgrades kaufen möchte. Ich benutze meistens das maximal, weil dann ist es halt einfach nicht, muss man halt einfach nicht so lange klicken, wenn man irgendwas kaum Zeit hat oder so. Keine Ahnung, ist mir gerade nichts anderes, besseres, mir ist gerade nichts besseres eingefallen. Und ich hoffe, man hört meinen Fernseher nicht so laut. Und meine Stimme ist scheiße, gerade. So, ich hoffe, jetzt geht es wieder mit der Stimme. Endlich habe ich eine Aufnahme bekommen, gefunden für mein Handy. Endlich! Juhu! 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 Äh, manu, ich will jetzt endlich einen Malager, also Mällerager. und wenn man halt hierbei bank und company ist ab dann kriegt man halt engel und engel kann man hier bei upgrade zum beispiel in der upgrade von engel oder man ja auch engel hier braucht man nur goldbaum oder echtes geld das ist ja ein teil 10 gold wurde der übelst wenig nur dieser 603 millionen überstehen nicht wenig wenig das ist auch nicht gut obwohl das geht aber die gold suit ist scheiße das eigentlich nur für hier hat man so ein besseres bild man hat halt einfach so ein gold suit wenn ich in gold anzug ich hätte mir locker manager holen können bin aber so dumm und hat es nicht getan was ich gut finde ist das spiel wird auch offline weiter wenn man manager hat wird es halt einfach offline weiter generiert das geld generiert ist auch so ein wort was ich jetzt nicht sagen hätte sollen weil es einfach nicht dazu passt und ja mal gucken ja ich muss mein handy gerade dann nein das muss weg gut zum glück habe ich das jetzt nicht weg gemacht sonst hätte ich einfach mal die aufnahmen unterbrochen ich mag das nicht dass da unten die ganze zeit recordable punkt mobi steht aber hab doch ich kann es ja ich will aber manager ähm dass das recordable mobi rumsteht was war das ach so whatsapp natürlich was sonst zitronen 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 außer rum warten bis endlich was passiert ja ich hab instagram natürlich wer nicht ich natürlich warum nicht ich brauch mal neue spiele irgendwie die man ja halt ich frag mich wie lange die aufnahme schon geht ich kann es ja nicht nachgucken ich muss mal und ich würde sagen dass ich jetzt einfach mal tschüss sage und nächste folge ich mach jetzt einfach mehrere videos von adventure capitalist wenn ihr es wollt schreibt einfach in die wie in die beschreibung nicht in die video beschreibung auch nicht in die beschreibung dann in die kommentare so und jetzt tschüss tja 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 tja